ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ah, ganz schnell alles reparieren, ja. Wir sind Feinde, wir müssen ihn angreifen. Ja, aber fliegt nicht in die Wolken, dann müssen wir nicht alles reparieren. Ja, die kommt nicht rein, die kommt zu uns. Er fliegt vor der Wolke weg. Einmal Handbremse ziehen. Der Junker, der, glaube ich, schieß unbemütig darauf, machen wir da auch mal ein bisschen mit Schaden drauf. Sebastian, einmal Handbremse ziehen, 180 Grad Drift machen, und dann läuft das. Ben-Litro, das machen wir dann mal weg. Oh, da ist einer gerade runtergefallen vom Schiff. Ah, die Junker, der ist kaputt jetzt, ab die Soul of Revenge. Okay, gut. Ähm, das ist in Ordnung. Oh, das sind fast Teile. Quasi. Oh, was. Ein paar Katastrophen, oder? Äh, ah. Was sind das für grüne Dinger da gewesen? Feuer, Feuer. Ah. Ah. Dieses Nachladen, das ist so unglaublich lange. Und ich glaube, sie stützen ab. Ah, wir müssen auch, wir müssen reparieren. Peck. Keine Ahnung, wofür du gerade passt da. Dann ist alles tot. Ja, der ist kaputt. Wo ist der nächste? Ja, der ist kaputt. Ich sehe sie nicht. Irgendwo da. Da unten. In der Wolke. Wir müssen reparieren gerade. Wir sind wieder etwas... Alter, der ist... Ja, der ist unbedingt... Der ist unter uns. Aha. Unser Ruf. Aua. Und sie haben uns. Geht mir grad ein bisschen rückwärts lang ein. Alter, wie schnell das Ding wieder kaputt ist, ey. Nicht brennen jetzt hier. Der Schiezer hat auch gerade auf uns drauf. Dann kann der Jede. 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 Der Vigil da, wenn der Jede. Da wird so viel geben. Und der Jede. Dann kann der Jede betreffen. Wir gucken nach den Jede. S hypothetical. Das ist der Jede. Das ist der Jede. Das ist der Jede. Der Jede. Das ist der Jede. So ein bisschen. Da ist der Jede. Wie kaputt ist Hinter uns sind welche Ja, guck mal, wir sind in der Jungen gedailt bekommen Sind jetzt über uns Links Wenn wir uns auf der anderen Seite Ah, kann ich nicht abschießen Mann, ist der scheiß Rumpf, ne? Boah, du bist fertig und du bist ja wieder komplett runterfasst Ah, wir haben wieder hinter uns welche Ich geh mal zum Ballon hin Um, ich höre dir einfach an Ach, wir haben wieder Ich hab schon Angst vor Ich hab schon Angst vor Ich hab doch Angst vor Ich hab schon Angst vor Ich hab nie So schnell komme ich da nicht hinterher. Jetzt muss unser Bündner holen, wenn es den kriegt. Oh, der wird ziemlich verkackt gerade. Ja, du bist genau in der Mitte. Alle auf die Posten, wir legen sofort ab. Was sollst du? Von Karahoo und Kaboom. Ja, ich bin da drin. Ich erinnere mich, dass du tot. Wir haben nicht mit mir sammeln können. Dürfte eigentlich ihre Hülle schon ein bisschen beschädigt haben. Durch die Amilkeleinvorteile am nächsten Angriff. Oh, ich seh's da Warum haben wir rechts eigentlich kein Geschütz, das ist doch Können weiter, ne? Wir sind hinter uns Oder neben uns Ja, wir umschalten Mal gucken, wie wegen dem Dingens die Wolke figured das ist Die rauben uns Warmen Berät die Schäden Ne, sind keine Schäden, wenn die uns rauben Okay, nix, alles in Ordnung Mal gucken, wo die Gegner da sind Unter uns sind sie irgendwo Unter uns Oh, ich hab ein Problem Rechts Fuck, ich kann jetzt nur runterfallen Ja, ist doch egal, mach doch Was jetzt, solange noch nichts passiert ist Oh, Spooky, das ist okay Oh, Spooky, 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 Spooky Ja, Spooky, 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 Spooky Ah, jetzt muss ich mal kurz reparieren Oh, vor uns Ja, schön, auch kaputt Alles reparieren, weil wir sind gerade in der Wolke drin Ja, bin ich mir bei Oh, ich hab das gerade in der Wolke drin Die Wolken, ey. Als ob man über die Wolken ein bisschen drüber... So. Was berühre ich denn da? Das ist doch nichts. Dann soweit alles wieder heiliger. Die Wolken sind geschossen. Ich sehe sie. Da und... Das ist der Bönte, der da oben ist. Hinter uns jetzt. Sind so da. Noch vier Prozent, da bin ich fertig mit Updaten. Dann geht die Post ab. Dann spielen wir mal richtig. Vielleicht verlieren wir eine Torheit, weil ich alles sägen kann. Scheiße. Noch vier Wolken durch, ey. Oh, ich bin runtergefallen. Warum machst du das? Weil ich es kann. Jetzt bin ich wieder da. Bam. Warum sind wir? Weil die unter uns war. Jetzt steigen wir, weil sie wieder bei uns ist. Okay. Hätte ja sein können, dass der Ballon kaputt ist. Wir können nicht nur sinken, wenn der Ballon kaputt ist. Wir können auch sinken, wenn ich es will. Okay. Okay. Wir können auch nicht mehr in den Ballon kaputt machen. Aber die unter uns bin ich auch nicht. Aber wir können auch nicht mehr in das älte. Genau. Wir können auch direkt auf den Ballon kaputt sein. Ja. Das Heck ist wieder... Jawoll. Ja, gewonnen. Ja, ist ein Bestes. Der Battle Street Update ist fertig. In 8 Sekunden. Update abgeschlossen. So. Mr. Tails gave you a commentary. Thank you.